Das Ding läuft aber lang, muss er. Eine Quatschel haben wir schon. Das Ding läuft aber nicht. 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 Dicke, das können wir alle wegziehen. Dicke. Dicke, ja. Dicke. Dicke. Dicke, das ist ökonomischer Level ja卻 wäre ... Dicke, das wollten wir ja ... Dicke, das würde nicht mal Ich rausnehmen. with me, ryech. Wenn man so durch die Feingeister und Kulturmenschen aus dem anderen Teil hinschiebt. Weil, das ist ja gleich, meine, wir sind ja gespielt. Das wäre wichtiger, wenn Sie hier den ganzen Urrat entsorgen müssten. Was weißt du, dann müsste man ja sexuell als Menschen evakuieren. Ja, ich bin das nicht. Ja, ich war doch hier an 10,5 Jahren. Ne, das macht man das anders. Wir schicken die, die Kulturmenschen schicken. Können Sie hierbleiben und können ESDS gucken, bis es in der Scheiße beim Arsch rauskommt. Können Sie den ganzen Tag ESD gucken und zurückkämpfen. Das war von sonst, ey, das können Sie hier entscheiden. Ich sag ja so, das möchte man einfach nur noch wechseln. Das möchte man einfach nur noch wechseln. Das habe ich ja so. Ja, weil das ist einfach nur noch wechseln. Das möchte man nur noch weg von hier so. Ja, das war, ja, ja. Das möchte ich ja jeden Tag, jeden Morgen, wenn ich gegen 14 Uhr aufstehe, meinen Kaffee trinke und da, mach Fokokaffee und da das Internet hochkabel, gell. Und mir so die Scheiße geht ja an der Nachte. Der Nachte schläft, muss mittags auch nicht essen. Ja, ich guck ja nur die Schlagzeiten, ja. Ich guck die Schlagzeiten und lef noch mal so ein bisschen. Die Akzeptanz, äh, Sente, dann reicht es mir schon klar, gell. Ja, ja, ich möchte einfach nur noch weg, gell. Ja. Auf Interneten kann man als, kann man als, äh, geistes Mensch eigentlich nicht mehr akzeptieren. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Es geht nicht. Ich habe auch kapituliert. Ja, das geht noch mal. Ich habe kapituliert. Ich kann das selber... Kapitulation. Ja. Ich kann nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Ich habe aufgegeben. Es hat keinen Sinn, ja. Es hat einfach keinen Sinn. Du kommst nicht aus. Du kommst den ganzen Schwachsinn nicht aus. Du kommst nicht gegen die Kleinköpfe. Ja, das geht einfach nicht. Ja, nee, nee. Ich dachte eigentlich, wenn sie mich heute fragen würden. Wenn sie mich heute die Lada nicht fragen würden, was sie nicht tun werden. Weil ich ein alter Krüppel in das Geld. Aber wenn sie mich fragen würden. Wenn sie mich fragen würden. Dude, was läuft da? Bist du zum Mars? Ja. Bist du zum Mars? Mit nach dem manchen Raum sammeln. Mit ein paar coolen Leuten. Ich bin zum Freunden. Ich bin zum Freunden. Ich bin zum Arsch. Ja, leg mich am Arsch. Ihr macht euer Entscheid. Ich gebe es doch mal an. Ja. Ich aber. Weil wenn ich keine bösen Pflicht. Sofort würde ich wegfassen werden. Wenn ich so auch gar keine. Na, tut es egal. Genau. Ja. 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 Und die gleiche Bücher lesen. Die gleiche. Ja. Diese Konformitätsmatze. Gell. Ja. Aber dann eigentlich. Was ist denn das brauchen die das um sich gut zu fühlen. Oder was. Ja. Das sind halt die Arscher, die alle Adele hören. Gell. Adele ist doch jetzt ja. Adel. Ja. Die Grusel. Adel. Gell. Gell. Ich meine, okay, die hat eine gute Stimme. Aber wenn ich könnte, das ist doch Musik für Oma. Gell. Ja, das ist doch Musik für Oma. Aber alle Adele, Adele, gell. Gell. Ja, weil sie es alle hören. Gell. 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 Für alle. Absetzen nach, ich muss ein Moodめ задauen. Aufsetzen nach, ich muss ein Motorradfahren. Und Lynją hat, ein Better. Und dann habe ich noch einen Motorradfahren. Ah. In Neukölln, wo ich gemunt habe. Das ist ja jetzt Hipstervel, nicht aus aller Welt kommt sichlied. Da na, Nu clampiert. Die Berliner flüchten alle nach Halle. Ja, ich hab da so ein Projekt. Irgendwas mit Medien. Es ist so ein Austausch. Es ist wie so ein Knoten. Wenn der ein Stück rausnimmt, das merkt keiner. Ja, Mensch. Ja, nicht wahr? In der Westen, dann heißen sie sich alle für die Bidualisten. Obwohl sie alle gleich aussehen. Das gleiche Musikhörer alle, nicht wahr? Aber das war schon Wahnsinn. Ja, das war schon Wahnsinn. Ich glaub, die freigeste Zeit, das war die neue deutsche Welle. Ja, da sind sie alle rumgelaufen, wie sie lustig waren. Gell? Ja. Ja. Ja, da sind sie jetzt in Arschgewein. Ja, kannst du dich noch erinnern? Wovor? Ja, die Akkunden haben alle Kinder Arschgewein gehabt. Alle haben sie sich Arschgewein. Ja, ich hab mich damals schon gefragt, was das würde. Ja, gut. Wenn sie da eine von hinten nennen, gell? Dann sind sie geguckt und sagen... Ja, der meint sie, doch passt. Ja, komm mal hier. 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 Ja, in der Zukunft. Ich rede mich. Sieh mal in der Zukunft. Wenn sich da so ein Arschgewein aus der Metallenwanne liegen haben, werden sie da was sagen. Oh, guck mal. Generation Arschgewein ist da eine. Gell? Ja, ja. Ja, ja. Ich möchte mal behaupten. Alleine in Deutschland. 100.000 Frauen haben sich Arschgewein. Ja, alle. Kommt alle auf so was. Das machen, was alle machen. Ja, was soll denn das? Hey. Nicht wahr? Ja, ja. Ja, ja. Ich komm doch so ganz. Tausend. Nein, wieder. Ich schaust mal mit meinem Kaffee. Ja, ach. Ich schaust mal mit meinem Kaffee, du. Ich sag schon, wie die dieses Baulakon, wenn ich mir noch nicht schaust. Ja, ja. Bitte schön. Ja, ich denk ja. Ja, ja. Ich geh mehr. Aber, mit dem Entscheinen. Dem Entscheinen kannst du dir komplett machen. Ja, das ist ein paar Dschungelsthemen. Gell? Ja, dass ich irgendwo noch wirklich weh'n oder sowas, ja. Nicht nur dabei auch vorne, irgendwo so. Im Wald drinnen, gell? Ja, da hast du doch total geglischt. Ja, aber zu diesem ganzen Glied liegt der Entscheinen für eine Entscheine. Ja, die Generation zum Grund, ich liebe das schon. Und das degenerierteste Land auf der ganzen Welt ist Deutschland. Ja, denn Deutschland ist bis ins Wahle degeneriert. Ey, das ist kaum auszureißen. Ja, Deutschland ist bis ins Wahle degeneriert. Ich habe es neulich schon mal gesagt, ich wiederhole mich. Der regelmäßige Zuschauer meiner Zwischensitzung, der sich dann in der Videokolonne weiß, dass ich mich gerne auch mal wiederholen kann. Aber ich habe es neulich schon mal gesagt, ein Land, in dem in einer Vorschau darüber diskutiert wird, dass man jetzt das Studentenwerk im Studierendenwerk umbenennen muss für 200.000 Euro Verwaltungskosten, damit sich keiner benachteiligt fühlt. Ja, da ist doch Oxygen bei SatWi da. Ja, da ist doch Oxygen bei SatWi da ist doch nicht mehr zu diplom onun, ja. Einem ist ab Was? Was? Oder diese Die 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 ... und dann auch in der Mauer, wo es ganz Europa wird. Ja, ich war... ... und dann auch in der Zeit, wo er trinkt, da war ein sehr schnell. Aber zum Zweifel, die ESDS, die Papierlein, das auch rüttelt, ... und geh jedes Jahr in deinen Iphone-Shop und kauf dir da dein Smartphone und spürst dir das direktal ein Geld. Vielleicht mischt es dir nach dem Kacken noch dein Arsch, dein Arsch, dein Smartphone... ... und Arsch, dein Apple. ... und Arsch, dein Apple. Mmm. Wow. ... 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 20 Ah, das war doch noch nicht lange, äh. Ja, wollte ich mal kurz das tun? Ich weiß nicht, das war alles alles. Ich weiß nicht, das war doch nicht. Ich weiß nicht, das war doch nicht. ja mit dem ja 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 alle städte ich würde mein Leben holen so gut und schon ein bisschen zu tun schattdauen Nein. Tutu schaut da unten nicht aus. Ah, na. Das geht wunderbar. Ender. Weiß ich nicht. Nicht so schlimm. Nee, stimmt gar nicht. Nicht so schlimm. Ich weiß nicht. Oh. Das ist alles mal ein Löscher. Ja. Ja. Aber es ist alles nicht so schlimm. Ja. 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 Windhofen. Es ist so schön. Es ist so schön. Ich habe die Zaun. Ich lasse Containern. Ich komme dann im rechten Moment, wenn schon jemand in der Sonne hängt. Ich kann das auch nicht machen. Ich lebe es dann ab. Assistiere. Ich bin Assis. Ich warte doch nicht gerne irgendwo an irgendeiner Haltestelle. Busch oder so. Dann hooke ich die 20 Kilo Erde eben auf der Schulter und noch 5 Minuten in der Haltestelle weiter. Präsenz zeigen. Ein bisschen rumbleiben. Ich liebe meine Stadt. Haller Salam. ein bisschen rumbleiben. Schau mal! Wir klären es alles, aber auch ein bisschen ganz wichtiges Lied. immer lange Ferne geben ja, halt eins Rentnerseinsatz ja, ich habe das letzte Schriemen, egal aber tut der jetzt gut wie weg ja, ich... hm aber tut der jetzt gut wie weg aber der schon wie sich erstmal aufgespungen hat das komm das und jetzt schmiert dich nicht so, du hast mal eine Gänze du hast mal Teil einer Gänze das also Müll jetzt satt Gänze schmeißt aber mit Hand geteilt ich liebe Müll hm ich versuchte das Göttin-Gähen ich versuchte das Göttin-Gähen falsches Mess ich brauch vier Balken, nicht nur zwei na los wer hat hier was soll ich nicht tun na Binken da kann ich mal ein Feiler gestehen da kann ich mal ein Feiler gestehen da muss ich mal greifen das war nur Fett ja hm das ist ja noch ein Pimmel hm ich kriege das verbinden mit dem vom Neues Feiler der hat Gätschüs getestet ja ich habe ja Anlage getestet also 83 ich habe kein Ton gehört gar nichts null nö 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 Amen. Ich wusste ja damals schon. Das war 83. Der Frank zu wählen. Der Frank zu wählen. So war es so. Ich finde da ein süßes Rationen. Nein, ich erinnere noch von mir. Ich weiß nicht, dass ich noch einmal die Hübschen habe. Okay. Ich bin da noch Zeit für ihn. Ich bin da noch ein Süß. Was? Ich bin ein bisschen gegründet. Na guck, der hat nicht mehr Arbeit, er hat mehr Arbeit Hallo, ja, grüß mal, da ist ja Das ist jetzt auch viel Mensch, jeder Tag noch der in Rasierklinge hatte nur der auf der Haare Ja, der in Rasierklinge, der hatte eine Bierflasche schon, aber da hat er sich die Brust aufgeschnitten Ich finde, Mensch, was interessant ist Hm 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 Oh, wow Hm 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 ja die auch ein Kaffee das Kichel sind nur so dünn Aber ich mach das besser so zusammen. Ich kenn das Video von uns. Hältst du meine Artenbecher mit? Ah ja, richtig. Entschuldigung. Das brauche ich. Ich bin ein Mensch in Hügel. Ich bin ein Mann, der sich auf dem Wetter und sie hat mich. Ich muss das Ding anbieren. Das ist das Ding anbieren. Ich bin ein Zehn und sie hat mich angekommen. Wenn ich mich wieder meine Artenbecher mit ihnen ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020